Konnichi! Meine Freunde, schön, dass ihr wieder eingescheiden habt und heute habe ich einen Gast. Machst du ja vor. Hallo. Und wir schauen uns, wie ihr es gewünscht habt, mit einem großen Prozentsatz japanische Werbung wieder an. Muss ich was sagen? Ich weiß nicht, willst du was sagen? Nein. Wincy, hast du schon mal japanische Werbung gesehen eigentlich? Ja. Außer jetzt bei mir. Haben wir schon mal Videos zusammen gemacht? Nein. Immer noch nicht. Das wollten wir mal vor einem Jahr oder so machen. Krass. Ja. So. Ah. Ah. Okay. Wir laufen weg. Dann würde ich sagen, fangen wir direkt an und quatschen wir nicht lang. 3, 2, 1. Let's go. Nein. Kekse. Kekse? Weißt du, was sind Kekse? Ja. So, so, herfekannzahlen. Cheese und so. Dieser Kaku ist immer irgendwo dabei, oder? Und da ist ein Rettig. Was? Großer ist besser. Oh, der hört sich ja voll auffällig in der Hand. Ja. Kaffee. Kaffee. Damit wäre auch ich zur Chefin. Vor allem die Kaffeebohnen-Logo, das ist ja voll geklaut. Oh. Daihatsu. Den hatte ich auch mal. Echt? Ich hatte den. Ich hatte den Koro. Diesen kleinen, großen Würfel hatte ich. Hast du auch so drum herum getanzt? Ja. Immer. Bevor ich eingestiegen bin. Boon. Boon. Ah, das sind die Mikado-Dinger? Hä? Nee. So ein Kaffee oder so, oder? Das ist die. Das ist die. Die sagt so, 100% Blume. Boon. Eistee. Morinaga. Oh, das ist wirklich so. Oh, das ist wirklich so. Voll herb. Ohne Witz. Der ist voller ohne Zucker. Ja, der ist voller ohne Zucker in Japan. Oh, das ist... Hm. Sechst du? Guck mal, das ist mein... Ah, hier Schweiß. Da fällt mir der kleine Dings hier ein. Lecker, lecker. Jetzt feuchte ich hier ein, wenn ihr denkt, dass ihr schwitzt. Da kann man sich den Schweiß vom Oberarm wischen. Ja, der Oberarm auch so schwitzt. Und einen Fisch. Der macht gar nicht mit. Das denkst du bestimmt auch immer beim Poe Dance, oder? Ja. Oh, man gibt Sushi. Ja. Jeder will diese geile Tasche haben. Oh. Da passt eine Bento-Box rein. Super. Wenn alle schreien und lachen und diesen Dingwort, dann wollen alle diesen For You aus Japan. Das ist so Wahnsinn, weil japanische Werbung würde in Deutschland nicht funktionieren. Ja. Das geht nicht. Immer happy, immer laut. Und immer singen und immer tanzen. Das ist alles ein Musical. Die machen alle mit. Oh. Ist ja Suppe. Ja. Ja. Oh, Poli Poli. Ah, ja. Poli Poli. Hier mit Slow-Aufnahmen von Dogmo. Was? Das ist aber nicht der Kika-Puddy. Oh, der japanische Elvis. Oh Gott. Der hat auch Volumen. Das ist ein Kaffee. Das weiß ich. Aber der ist voll groß. Ich weiß nicht. Lauter Körner. Die backen wir in den Keks. Ja, genau so sieht es aus. Ja, und das sei damals, glaube ich, gegen Blasenschwäche. Hast du schon Keks? Keine Ahnung. Das ist geiles Zeug. Das Getränk, was da steht. Oh, es ist so gut. Wirklich. Es ist so lecker. Mann, Raine. Wenn du lasst uns nur das Getränk gehen. Mann. Der raucht durch die Gegend. Da gibt es halt wirklich Vanille-Eis drauf auf das Getränk. Dieses grüne Waldmeister. Das ist... Das ist... Das ist ein Heidepark. Ja, ja. Universal Studio Japan. Ja, krass. Ich dachte mir doch, dass es aussieht wie Waterworld. Aber hell, das ist... Okay, Raine, jetzt gibt es Bier. Nee, Kaffee geht. Feier. Stamm drauf. Ja, das ist Kaffee. ATM auch. Ah, Feier ist Kaffee? Ja, das ist ein Kaffee. Danke. Danke. Dass du unsere Straßen sauber hältst. Ein Kaffee in der Dose. Das ist so eine romantische Werbung. Hier, das Herz brennt. Ja. Ich geh in Flammen auf. Ich geh in Flammen auf. Ich geh in Flammen auf. Die Autos kommen wie plötzlich kleine und quadratisch die sind. Ja, die sind von der Steuer. Sind die richtig günstig. Weil die vor kurzen Nacht ist in der Zeit egal. Guck mal, das war's doch schon. Wie fandest du die japanische Werbung? Ein bisschen aufgedreht. Generell, oder? Aber du hast ja schon öfters mal welche gesehen. Ich hab schon öfters mal welche gesehen, ja. Deswegen die Spacken. Sind ja so ein bisschen wie du so. Ja, wuhu. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Danke, Wingsy, dass du mit dabei warst. Oh Gott. Schaut mal bei ihr auf den Kanal. Denn sie hat fast die 3000 Volt. Ich glaub, das sollten wir mal rund machen. Schaut auf jeden Fall mal auf ihren Kanal. Sayonara. Ciao. Sayonara ist nicht japanisch. Das ist Spanisch. Oh. Ayos, vios. Sayonara.